Hallo meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zu meinem neuen Video bzw. des zweiten Teils, den ich euch ja versprochen hatte zum Thema Tod und Bewältigung bzw. wie man das Phänomen Tod überhaupt versteht. In meinem ersten Video habe ich ja generell darüber gesprochen, auf welcher persönlichen Ebene das uns angreifen kann. Und jetzt will ich mal über eine andere Ebene reden, was den Tod betrifft und zwar die gesellschaftliche Ebene. Und ich will mal wie in meinem letzten Video zu dem Thema mit einer kleinen persönlichen Anekdote anfangen, damit ihr das vielleicht ein bisschen besser verstehen könnt. Und zwar geht es um den Tod meiner Großmutter, die vor über 10-15 Jahren gestorben ist. Und nur von vorneweg zu sagen, ich kann meine Großmutter nicht so gut jetzt, wie jetzt vielleicht bei euch zum Beispiel, weil meine Großmutter nicht in Deutschland gelebt hat, sondern unten in Montenegro. Und ich habe die, ja klar, nur einmal im Jahr gesehen, wenn es hochkam. Und sie konnte darüber hinaus nicht so gut albanisch, dafür halt servokratisch. Und bei mir ist es halt genau andersrum. Also gab es da noch sprachliche Probleme und wir haben uns halt so mit Händen und Füßen verständigen können. Aber das war in Ordnung und ich hatte eine Bindung zu ihr. Dann ist sie gestorben, ziemlich hohen Alter. Da kam natürlich auch zum Schluss die Demenz bei ihr an. Fast 100 geworden. Also entweder ist sie 100 geworden oder 98, bin mir gerade nicht sicher. Und da habe ich ein paar Sachen gemerkt, die ich nicht ganz verstanden habe. Und es war in meiner, sage ich mal, Familie der erste wirkliche Todesfall, den es gab. Also in meiner Familie. Also die Großmutter ist gestorben. Und da konnte ich ein paar, ja, ich muss ganz blöd sagen, witzige Sachen beobachten. Zum einen war es so, die Großmutter, man hat halt morgens gemerkt, ja, sie ist gestorben, lag halt in ihrem Zimmer, in ihrem Bett. Und dann wurden natürlich alle Leute im Dorf benachrichtigt und der Onkel, die Tante, die dann alle herkamen. Und natürlich die ganzen Leute aus dem Dorf. Man hat halt alles stehen und liegen gelassen, weil da ist die Frau gestorben. Ja, das ist auch wichtig. Ältere Leute verdienen ja großen Respekt in so einer Gesellschaft. Und dann kamen halt alle her und da ist mir zum einen aufgefallen, dass alle Frauen, also gerade die Älteren, meine Tante und so weiter, die haben Kopftücher getragen auf einmal. Und bei Albanern ist es ja nicht typisch. Also bei älteren Damen ist es typisch, dass die so ein Kopftuch tragen. Aber das ist ja bei Serben zum Beispiel auch so. Die sind ja auch christlich. Also das hat, glaube ich, nicht viel was mit der Religion zu tun. Und die haben sich alle in dem Raum aufgehalten, wo meine Großmutter lag. Die ganzen Männer, die sind draußen. Und jetzt ist ganz witzig, ich durfte schon rein, aber mir wurde schon zu verstehen gegeben, dass das so der Ort ist für die trauernden Töchter, für die trauernden Frauen und Freundinnen meiner verstorbenen Großmutter. Und die haben geschrien und geheult und geweint. Und dann war ich halt draußen bei den Männern, die halt alle da saßen. Und das Fenster war offen. Also nur das Fenster zum Garten, wo sich alle Männer befunden haben. Dass man, keine Ahnung, wahrscheinlich, dass man das hört. Ja, wie die trauern. Und die Männer, die da alle saßen, in so einem Stuhlkreis, die haben sich dann angefangen, Geschichten zu erzählen von der Großmutter. Ach, wisst ihr noch damals, als das und das passiert ist und als der Esel nicht wollte und sie denen dann irgendeinen Tritt gegeben hat, damit es dann funktioniert hat und bla 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 und so weiter. Also solche Geschichten wurden dann erzählt. Und ich saß dann da. Ich muss ja auch vorneweg sagen, was so Bestattungsrieten angeht, so im Deutschen, sage ich mal, da kannte ich mich ja einigermaßen aus. Klar, ich bin ja geboren und aufgewachsen. Und dann habe ich das zum ersten Mal gesehen und dachte mir so, warum machen die das so? Das kann ich, ich kenne das gar nicht. Das ist ja ganz anders wie in dem Land, in dem ich aufgewachsen bin. Dass da so viele Leute auf einmal kommen und sagen, nee, heute nicht arbeiten. Und das halt gesagt wird, ja, okay, selbst wenn es nur eine Bekannte war. Ähm, und ich habe das nie wirklich verstanden. Was ist da passiert? Also, warum gibt es Gesellschaften, die mit dem Tod anders umgehen? Und da ist mir zum Beispiel eine andere Sache noch mal aufgefallen und zwar in einem deutschen Kontext. Ihr seht ja, in der Zeitung gibt es öfter mal Traueranzeigen, ja, wenn jemand gestorben ist. Und dann ist mir auch aufgefallen, da steht immer das gleiche dran. Irgendwie, ja, der Name ganz groß, meistens mit einem Bild daneben, meistens mit einem Kreuz daneben. Und dann steht halt dran, geboren, gestorben, irgendein Satz, ganz oft natürlich auch ein christlicher Satz. Und dann steht unten immer dran, ja, die Trauerfeier ist da und da, bla bla bla, fertig, danke. Und dann stehen vielleicht noch die Familienangehörigen dran. Nicht mal unbedingt die Freunde, komischerweise. Also im Namen der Großeltern, Paten und aller Verwandten. Aber was ist mit den besten Freundinnen und Freunden? Hat man mit ein paar Verwandten jetzt unbedingt so Kontakt gehabt? Also mit der verstorbenen Person ist zum Beispiel der beste Freund, ja, also wenn ich sterben würde, würde ich mich freuen, wenn in der Todesanzeige auch meine besten Freundinnen und Freunde drin stehen würde. Aber irgendwie ist das so eine Familiensache. Ja, das habe ich nicht ganz verstanden. Und dieses Muster, wenn ihr mal Todesanzeigen einfach mal eingibt und die mal guckt, natürlich gibt es da teilweise Unterschiede, aber letztendlich sind die alle genormt. Ich habe mich so gefragt, Trauer ist doch so eine persönliche Sache, ja, so eine schlimme Sache, die einem natürlichen Menschen passieren kann, die man mag. Warum ist das bei Leuten, die sich nicht kennen, so was Einheitliches? Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, der Tod ist nicht nur eine persönliche Sache. Der Tod ist was gesellschaftliches, was genormtes, was sozialisiertes und egal in welche Kultur man geht. Da ist es immer unterschiedlich. Ich will jetzt gar nicht mal davon reden, von Bestattungsriten. Ja, bei Moslems muss man, keine Ahnung, die Menschen nach so und so viele Tagen begraben, weil sonst irgendwas, keine Ahnung, irgendwas ist. Oder so wie ich das Erinnerung habe, bei Juden ist es so, wenn die vergraben werden, selbst wenn das kein richtiges Grab ist, ja, wenn die, gerade im Zweiten Weltkrieg, wenn die umgebracht wurden, dann darf man die nicht mehr ausgraben, weil das ist schlimm. Ich weiß jetzt auch nicht warum oder ob das genau stimmt, aber das habe ich mal gehört. Aber anscheinend, wie gesagt, der Tod ist was sozialisiertes. Aber warum ist der Tod was sozialisiertes? Habe ich mich so ganz oft gefragt. Warum ist das, was geht das die Gesellschaft denn an? Wenn mein Bruder oder meine Freundin, meine Frau oder wer auch immer stirbt, warum ist das alles so in der Gesellschaft schon vorgegeben, wie man zu trauern hat? Und was ich ganz witzig fande, war, dass vor einigen, ich glaube letztes Jahr, eine Todesanzeige durch die Medien ging. Und zwar eine Todesanzeige von einem Atheisten anscheinend. Und ich blende euch das einfach mal ein und lese einfach mal vor, weil das ist genau der krasse Gegensatz ist zu dem, was man eigentlich so kennt. Der Weg war das Ziel. Tschüss. Moi, je suis arrivé. Ich. Offen, ehrlich und nachtragen. Dann steht natürlich geboren und gestorben dran, klar. Melde mich hiermit vom Leben ab. Ich hatte ein gutes Leben, das aber auch von vielen Krankheiten überschattet war. Die letzte war leider unbesiegbar. Ich habe eine wunderbare Frau kennen und lieben gelernt, habe einen guten Sohn mit ihr gezeugt und zwei tolle Enkelkinder geschenkt bekommen. Eigentlich wollte ich jetzt mit Hiltrud noch einige Zeit mehr miteinander verbringen, aber das klappte ja nicht mehr. Nun denn, trotz allem ein gutes Leben. Bedanken möchte ich mich bei den wenigen Freunden, die mich auf meiner Wegstrecke immer wieder ein Stück begleitet haben. Sie werden jetzt auch Hiltrud und Dirk beistehen. Ganz besonderen Dank also an Birgit und Hans, an Eva und alle, die jetzt hier nicht namentlich erwähnt werden, aber wissen, dass sie gemeint sind. Viele sind das ja nicht. Danke auch an meinen türkischen Freund Mustafa. Die Einblicke in seinen, Klammer, mir in Teilen wohl immer fremdgebliebene Familienkultur, waren nicht immer schwärzfrei für mich. Aber er war ehrlich zu mir und Offenheit und Ehrlichkeit waren mir immer sehr wichtig. Manchem habe ich damit wehgetan und das war gut so. Ein Wort zuletzt. Ich war überzeugt, der Atheist. Ich bin es geblieben. Und dann kommt natürlich zum Schluss ja, wann ist die Verabschiedungsfeier? Also nicht Trauerfeier oder Gottesdienst oder so, sondern Verabschiedungsfeier. Keine Trauerkleidung, keine Kreuze oder sonstige offene und versteckte religiöse Symbole. Also Blumen, wenn überhaupt, bitte nur gelbe und orangene Lilien ohne starken Geruch. Obwohl, keine Ahnung, obwohl er schon tot ist. Und es ging halt so durch die Medien. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Tod in unserer Gesellschaft natürlich ganz stark von Religion geprägt wurde. Vor allem hier in Deutschland selbstverständlich vom Christentum. Und dann kommt halt einer so her und schießt halt mal komplett dagegen. Er sagt ja nichts Schlimmes oder so. Der sagt, wenn man sich das durchliest, ist das schön. Er grüßt noch alle Leute, schreibt dann noch von seinem türkischen Freund und über, ja, das Thema Integration und andere Kulturen in seiner Todesanzeige. Obwohl, dass er irgendwie, keine Ahnung, eigentlich gar nichts damit zu tun hat, wenn man sich mal alle anderen Todesanzeigen anschaut, die man ja so kennt und die man eigentlich so sieht. Aber es ist von ihm persönlich eine ernste und nett gemeinde Todesanzeige. So wie er sie sich vorgestellt hat. Und ich glaube, warum das gerade so durch die Medien gegangen ist, ist, weil die nicht konform ist. Weil die genau gegen alle Formalitäten und Regeln verstößt, die man ja eigentlich so kennt. Zu dem Thema kann ich euch übrigens einen ganz guten Text empfehlen vom deutschen Soziologen Norbert Elias. Der heißt Die höfische Gesellschaft über die Einsamkeit der Sterbenden. Einen ganzen Link zu dem Text kann ich euch leider nicht geben, weil der noch natürlich im Patentschutz ist. Aber es gibt viele Texte, die über diesen Text reden. Das ist ziemlich interessant. Und da redet oder beziehungsweise beschreibt Norbert Elias diesen Zivilisationsprozess. Ganz allgemeinen. Wie es dazu kommt, dass bestimmte Regeln oder Konformitäten bestehen, vor allem zum Thema des Todes und was das mit der Gesellschaft ausmacht. Weil wenn wir uns ja auch mal überlegen, in unserer Gesellschaft hat sich ja der Tod ganz stark verändert. Damals, und ich will jetzt nicht mal von Kriegsszenarien oder sowas reden, damals war der Tod allgegenwärtig in unserer Gesellschaft, selbstverständlich. Damals war die durchschnittliche Lebenserwartung vor 2000, 2500 Jahren, betrug die wahrscheinlich nicht mal 35, nicht mal 40 Jahre. Jetzt werden Männer, soweit ich weiß, in Deutschland durchschnittlich 75 Jahre alt, Frauen 80 Jahre. Also keine Ahnung, aber so ungefähr sind die Zahlen. Also wir leben viel, 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 viel länger. Der Tod ist noch viel, viel weiter entfernt, viel weiter aus unserem Geiste ausgeblendet und dementsprechend auch aus der Gesellschaft. Früher war es so, dass ein Mensch, es viel wahrscheinlicher war, dass ein Mensch einen gewaltsamen Tod erlitten hat oder dass man durch Krankheit gestorben ist. Ha, du hast dich irgendwie geschnitten. Ah, Tetanuskrankheit, zack, du verreckst. Wundstarkrampf. Ja, jetzt hat man Impfungen dagegen. Jetzt haben wir die Medizin und das ist ja auch ein großer Grund, warum wir unter anderem so lange leben. Wir haben Möglichkeiten, unser Leben so stark zu verlängern, dass wir an Altersschwäche sterben. Also der Körper kann einfach nicht mehr. Der sagt einfach, ja, okay, jetzt reicht's. Und man stirbt, man kann auch mehr oder weniger gesund sterben. Zwar natürlich im hohen Alter, klar, da ist man noch nicht so fit, aber man stirbt viel, viel später und auch keinen so gewaltsamen Tod oder an einer Krankheit, dass man noch dran am Bett sitzt mit dem Dorf oder keine Ahnung oder mit seiner Familie und hofft, dass das Kind oder der Verwandte oder das Familienmitglied es noch klappt. Jetzt ist es irgendwie klar, ja, meine Oma ist schon, keine Ahnung, 80 Jahre alt. Ja, okay, bald wird sie sterben. Also wir wissen auch ungefähr, wann die Leute sterben, können uns vielleicht auch besser drauf vorbereiten. Es ist ganz, ganz komisch. Also teilweise haben wir Riten aus einer Zeit, wo der Tod meistens gewaltsam ins, ja, Leute aus dem Leben gerissen hat. Aber andererseits ist der Tod jetzt so weit weg aus unserer Gesellschaft, dass es mehr oder weniger, ja, kein Thema mehr ist. Und ich habe ja in meinem Video über die individuellen, persönlichen Themen, was den Tod angeht, gesprochen. Der Tod ist natürlich kein schönes Thema, selbstverständlich. Der Tod ist aber Schlimmes. Das ist auch unter anderem ein Grund, warum wir den ausblenden. Aber die Gesellschaft nimmt das auch auf. Klar. Und die Gesellschaft mehr oder weniger oder durch die Individuen, die in unserer Gesellschaft leben. Auch durch Politik, alles andere. Sozialisiert das alles. Man hat bestimmte Riten, wie man mit dem Tod umzugehen hat, wann man über den Tod reden soll, wie man über den Tod reden soll. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, irgendjemand stirbt, irgendjemand bekanntes und das war das größte Arschloch, was es gibt, hat andere Leute gehasst und keine Ahnung. Aber wenn man dann was gegen den sagt, nach seinem Tod oder nach ihrem Tod, über die Toten darf man nicht reden, das macht man nicht. Ja, warum? Das war ein riesen Arschloch. Der hat seine Familie schlecht behandelt, der hat andere Leute schlecht behandelt, der hat Leute abgezogen, der hat den Staat verarscht, indem er Steuer hinterzogen hat. Ja, aber über den Tod, ja, über Tode redet man nicht. Und so, dann denke ich mir auch so, was interessiert die Person das? Die ist doch schon tot, die kriegt das doch gar nicht mit. Und da habt ihr auch wieder eine andere Ebene. Warum sagen die Leute, obwohl es klar ist, dass man nicht schlecht über einen Toten reden darf, ja, obwohl die das ja gar nicht mitkriegen, warum gibt es bei Leuten trotzdem so eine Abneigung, dass man das nicht machen soll? Weil es von unserer Gesellschaft irgendwie vorgegeben ist. Und dann kommt wieder mein Gedanke ins Spiel. Warum ist das so? Warum ist das so? Warum ist das so ein Tabuthema? Warum gibt es diese bestimmten Riten? Warum ist das so, wenn eine Trauerfeier von einer anderen Kultur, ja, wenn man die aus Versehen beobachtet, dass man dann so, hä, warum machen die das so? Das verstehe ich nicht, ja, wenn jetzt ein Deutscher, keine Ahnung, eine muslimische Trauerfeier sieht. Aber im Gegenzug, ja, der Moslem genau das Gleiche sagt. Aber in Wirklichkeit beide gar nicht hinterfragen, warum sie diese Trauerriten überhaupt benutzen. Natürlich kann das auch religiöse, kulturelle Gründe haben oder so. Aber irgendwann saß da ja mal jemand oder eine Gesellschaft und hat gesagt, so, so machen wir das jetzt. Warum? Und ich will euch jetzt gar nicht groß Antworten geben. Ich meine, der Text spricht für sich von Norbert Elias. Da gibt es auch ganz viele andere Texte, die darüber reden. Selbstverständlich ist es ein soziologischer Text. Also klar, es ist nichts naturwissenschaftlich festes Objektives, wobei man sagen kann, ja, so genau ist es. Aber es kann euch ein bisschen Perspektive verleihen. Vielleicht ein paar Sachen zu hinterfragen. Vielleicht auch zu hinterfragen, dass manche Leute anders mit der Trauer umgehen. Dass manche Leute vielleicht gar nicht auf die Beerdigung mitwollen, weil sie noch gar nicht dazu bereit sind. Obwohl der Termin feststeht und das in der Todesanzeige stand und du als Familienmitglied dahin gehen musst. Ja, und wenn du da nicht hingehst, dann ist das was ganz, 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 ganz Schlimmes, weil du nicht an unserer Trauer, gesellschaftlichen Trauer teilnimmst, in unserer Institutionellen. Und es dieses Persönliche ganz ausblendet. Und damit habe ich persönlichen Problem. Ich weine, wenn ich traurig bin, wenn mir danach ist und nicht, wenn die Leute mir sagen, wann du zu weinen hast oder auch wann du zu lachen hast. Und dann geht es auch nicht mehr groß über den Tod an sich. Da geht es über ganz andere Sachen. Und die Sachen sollten wir mal hinterfragen. Warum sind die so? Sind die so, weil es vielleicht gut ist? Weil es ein System ist, das sich durchgesetzt hat? Oder ist es einfach ein System, an das sich die Leute gewöhnt haben und dass sich Leute auch und unter dem auch viele Leute mehr oder weniger leiden oder das eigentlich gar nicht gut ist? Das frage ich mich. Also dann vielen Dank, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Danke nochmal. Vielen lieben Dank an meine Patreons. Und vielleicht kannst du es dir überlegen, mich auch auf Patreon zu unterstützen. Link ist unten in der Beschreibung. Also nächstes Video kommt Ende dieser Woche. Bis zum nächsten Mal, euer Sally. Tschüss.